Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Headquarters auf Nubetown. Ich habe eingepackt meine AUG und das Ganze mit einem Extended Mag. Dazu habe ich meine M1911 als Secondary, ich habe als Perks Ghost, Steady Aim und Marathon. Des Weiteren habe ich eine ganz normale Frag Grenade und zwei Handgranaten plus meine liebenswerte Claymore, die übrigens sehr geil ist in diesem Spiel. Wer das noch nicht mitbekommen hat, Claymores sind nicht wie bei Korps 6 einfach zu sehen und wirklich einfach zu enttarnen, sondern sehr schwer zu sehen und sie haben einen extrem großen Explosionsradius. Wer das noch nicht gesehen hat, wird es in diesem Gameplay sehen, genau wie diese Lags. Und ja, wird sich wundern, dass so eine ganze Claymore zwei Eingänge locker mit einem Explosionsradius decken kann. Das funktioniert zumindest auf dieser Map, welcher sich schimpft, Nuketown. Am Ende werde ich hier übrigens einen Score haben von 47 zu 48 zu irgendwas, irgendwas in dieser Art. Hier kommt dann meine erste Killstreak, nämlich die UAV, beziehungsweise das Spyplan. Auf der 5 habe ich den Nachparn-Strike und auf der 7 habe ich die Cobra. Das ist fast das Standard-Setup, habe das Ganze ein bisschen verändert. Ja, ich weiß nicht, ich komme auf so einer Map wie Nuketown nie zu einem Chopper-Gunner und aus diesem Grund nehme ich auch gar keinen Chopper-Gunner mit. Das solltet ihr übrigens auch bedenken. Ihr solltet euer Spiel-Level, euer Skill-Level, wie man das auch so schön sagt, immer schön an eure Abschluss-Serien anpassen. Es bringt nichts, wenn ihr doch so cool seid und einen Chopper-Gunner mit habt, aber diesen niemals erreicht und dafür 4000 irgendwas Cod-Points opfert. Das Ganze ist überflüssig und einfach sinnlos. Ich selber gestehe zu, ich schaffe ab und zu meinen Chopper-Gunner. Aber das kommt aber auch eher selten vor. Liegt vielleicht auch derzeit noch mit an den Lags, das ist einfach viel zu oft lagged. Und ja, hier kommt jetzt meine Cobra ins Spiel. Und jetzt gleich auch der Nachparn-Strike. Das werden wir auch gleich sehen, es gibt nämlich ordentlich viele Deaths auf Seiten der Gegner. Ein Nachparn-Strike positioniert man am besten im gegnerischen Spawn. Das ist auf Nuketown, so wie wir das hier spielen, auf wirklich der kleinsten Map überhaupt, sowas von einfach, weil der Spawn einfach, gegenüber ist. Man weiß einfach, wo die Spawn, die Spawn immer da hinten bei diesen, bei dem Garten da und man kann einfach genug Leute töten. Das hilft natürlich ungemein, man kann das aber auch, so wie ich das gemacht habe, da so mehr auf die Seite legen. Das funktioniert auch da laufen, auch viele Leute durch. Muss man je nachdem schauen. Aber die Cobra, ich empfehle die Cobra in die Mitte der Map zu positionieren, denn in der Mitte muss jeder durch und die Cobra kann einfach jeden abschießen. Ja, hier bin ich ehrlich, eben gerade durch Allo-Frag-Gunner, gestorben, gestorben, gestorben und ja, man sieht hier den Leck und ich laufe mit meiner Claymore einfach mal nach draußen und huch, da kommt einer Puff, tot, ja. Das ist also Imba Claymore, mein Schätzchen, wie es auch nennen. So, hier haben wir jetzt das Headquarter verloren, wie so oft in diesem Spiel, also ich habe jetzt nicht so das Hammer-Team, das hier unbedingt drauf aus ist, das Headquarter zu sichern. Äh, ich glaube, wir verlieren das sogar. Aber, ähm, ja, gut. Äh, shit happens. Äh, es geht um den Spielspaß, ja. Ähm, zur AOG. Die AOG ist inzwischen meine Lieblingswaffe geworden. Ich mag sie sogar lieber als die AK-74U. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, als ich das Spiel gemacht habe, das ist jetzt schon ein Tag her, ähm, ja, da war ich erst Level 27, da habe ich noch keine AK-74, äh, 47 gehabt. Ja, ähm, aber das ist ja auch nicht ganz so wichtig. Äh, die AOG ist zu diesem Zeitpunkt einfach die beste Waffe, die ich hatte und deshalb spiele ich sie. Ich habe mich sogar inzwischen dazu entschlossen, das Ganze mit Red Dot zu spielen. Ist einfach cooler, man ist ein bisschen genauer und man kann ein bisschen besser zielen, aber muss man nicht machen. Ähm, hier sieht man dann den Gegner platziert, die Kopa, die da wirklich auch gut was wegholt und, ähm, ja, doch, auch schon den ein oder ein Kind macht. Hier ist sie jetzt aber abgeschossen worden und fällt leider, hm, ja, wie irgendwas Dummes zu Boden. So, wie so ein Sack Kartoffeln. Ähm, ja, zu Headquarters allgemein. Ist meiner Meinung nach der Spielmode, an dem man am meisten Punkte sammeln kann. Wenn man vernünftig spielt, ähm, geht das auf alle Fälle. Ähm, welcher Spielmode noch gut ist, ist auch Search and Destroy. Da könnt ihr auch viele Punkte machen, aber ihr benötigt da schon extrem viel, ja, ich möchte mal sagen, Skill oder, ähm, ja, Fähigkeiten. Einfach aus dem Grund, dass ihr da natürlich wenig sterben dürft. Dann sterbt ihr viel, macht ihr auch keine Punkte und dann ist Search and Destroy wirklich arm. Da gibt's dort wenig Punkte. Ähm, bei Team Deathmatch, finde ich, kann man eigentlich nicht so viele Punkte machen. Und ich selber spiele auch kaum Team Deathmatch. Ich bin eher so der Fan von Herrschaft oder, ähm, halt Headquarter. Aber ich spiele auch ab und zu mal gerne Search and Destroy oder das eine oder andere Gun Game. Kann man sicherlich auch mal spielen oder allgemein Wager Matches. Ähm, kommt alles vor, passiert. So, hier sehen wir jetzt den schönen Bug im Cinema Mode. Ja, er bleibt immer schön auf der Leiche. Also wechsle ich einfach mal den Spieler und, äh, ja, da hab ich, muss ich dann feststellen, oh, ich fange ja dann beim total falschen Spieler an. Also blende ich mal kurz das Hat ein und suche mir mal eben ganz kurz wen anders raus. Ja, und dann warte ich, bis ich wieder bei mir bin. Und da bin ich ja zu weit, aber da, wenn ich wieder zurück, bin ich bei mir mit der AOG. Und da habe ich anscheinend gerade wen gesehen, sonst hätte ich da nicht reingeaimt. Gut, ähm, auf dieser Seite ist jetzt ein Arfarmstrike gefallen, aber ich staub noch den einen oder anderen killt ab und werde dann von hinten schön erschossen, richtig rücklinks, richtig feige, so wie sich das für die Leute gehört. Ja, das ist auf Newtown leider so, also meistens ist es einfach nur dummes Rumgeballer hier hinten vor den Spawns. Da ist nicht viel mit Zielen und so, einfach Hipfire und rein. So, die Granate war zu weit geworfen und ich wurde dann leider im gleichen Moment gedrückt. Ähm, ja, hier sieht man dann jetzt mal mich wieder durch die Mitte rennen. Ich denke mir so, ja, kann man wieder machen. Hat für mich auch geklappt mit meiner Claymore. Äh, ja, sehen nur leider keinen Gegner. Dahinten am Spawn steht auch keiner. Wie langweilig, also weitergerannt. Schießt auch mal kurz auf die Leiche, die schon tot ist. Und, äh, ja, gibt keine Kill und wird ge-neifed, weil ich vergessen habe zu neifen, weil ich ihn halt nur angeschossen habe. Das ist halt so das Problem. Also, auf Short Range, ähm, gibt das halt nicht so wirklich den Punkt. Aber, bam, da gibt es erstmal schön, äh, ein Achievement und natürlich auch nicht viele Punkte. Ähm, wenn ihr richtig Punkte sammelt seid, dann solltet ihr die Aufträge annehmen. Ähm, aber ich bin immer vorsichtig mit Aufträge annehmen. Einfach aus dem Grund, dass, ähm, einige Aufträge gar nicht mal so einfach sind, wie sie sich anhören. Ich meine, äh, ja, erziel mal so 15 Headshots in einem Spiel oder 10 Headshots in einem Spiel. Das ist wirklich nicht einfach. Hier sehen wir jetzt die Situation, wie plantet man eine, äh, Claymore, um zwei Eingänge zu decken. Man hat's gesehen, ich kriege hier erstmal den Kill. Ähm, aber die Claymore wird auch gleich den Kill machen. Ähm, ist einfach genial, die Claymore. Die kann man da hinlegen, die wird nicht gesehen, die Gegner laufen zu 100% rein. Auf Nooketown funktioniert diese Position des Plantens einfach immer. Das werdet ihr auch in jedem anderen Gameplay sehen. Jeder, der hier oben in diesen Raum geht, haut erstmal eine Claymore da an diese Stelle. Das ist, äh, so gut wie ein Gesetzt, kann man eigentlich schon sagen. Da. Boom. Claymore hat einen getötet. Ja, so muss das sein, so soll es sein. Äh, gab 150 Punkte, 150 Punkte ist gut. Und da hatte ich einen Leck und jetzt werde ich gleich getötet. Weil, ja, ich den gar nicht gesehen hab, wie er langgelaufen ist. Im Cinema Mode hat man das dann, äh, im Nachhinein gesehen, aber ich während des Spiels nicht, weil es bei mir einfach geleckt hat. Äh, ja. Das hab ich gerade auch nicht kapiert, da ist ein Gegner mir vorbeigerannt. Keine Ahnung, ob ich den getötet hab. der müsste jetzt eigentlich da irgendwo schon tot sein. Dafür hab ich ja meine Freundin und Kollegen. Ja, jetzt lauf ich jetzt ein bisschen durch den Spawn und stell fest, doch, hier laufen sie rum, tötenbar. Und der Mord, der steht da dumm rum, also wäre genäßt. Das ist auch aber zu cool, man kann dadurch ordentlich viele Knife-Kills machen und bekommt, wenn man Glück hat und zwei Dumme nebeneinander steht, dafür das Schiefment bei, äh, Steady Endbrook, indem man zwei Spieler hintereinander in fünf Sekunden neifen muss. Hab ich schon geschafft. Äh, äh, entschuldigen Sie. Äh, äh, entschuldigen Sie. Oh Gott, mein Frieser. Was ist denn heute los mit den Busten? Ähm, ja, ne, ich fang jetzt den Nummer Papier an. Äh, gut, also. AOG Überrange. Eigentlich eine recht gute Waffe, wenn man so immer in mehreren kleinen Burst schießt. Über, in vollautomatischem Mode ist die Waffe zwar auch in Ordnung, kann auch locker töten, aber, äh, ja, sie wird halt ungenau, wie jede Waffe, in Call of Duty Black Ops. Nicht so wie bei Modern Warfare 2, in dem man sich die OP genommen hat und einfach mal über die Distanz geschossen hat. So, und hier ist einer der Epic Fails, von dem ich am Anfang des Videos gesprochen habe. Äh, ganz einfach episch. Episch gefailt. Einfach episch. Kann man nicht anders sagen. Granate da oben gegengeworfen. Ich meine, das ist erstmal schon Pech, dass man genau in die Kante wird und dann natürlich auch in die eigene Fresse geworfen. Äh, nur passiert. Shit happens. Wohl zum Glück nicht getötet dabei. Aber, trotzdem nervig und sowas darf eigentlich nicht passieren. Sowas passiert auch irgendwelchen Pro-Gamer nicht. Ich bin kein Pro-Gamer, da stehe ich einfach zu. Und, äh, alle Leute, die jetzt meinen, hö, bist du schlecht, äh, ich kann es überhaupt kein Black Ops spielen. Ja, dann sucht ruhig halt einen anderen Gameplay, Freddy, der das macht. Ich kann euch da zum Beispiel den Gommanderkrieger empfehlen, der ist cool drauf. Oder auch den Tio von True Cry. Oder, äh, den sind da alles noch, der da so alles richtig schön spielt. Ähm, keine Ahnung, mir fehlt gerade kein anderer Name ein. Ist ja auch egal. Ähm, der oder der Max FPS, der ist auch ganz cool drauf. Den könnt ihr auch sonst nochmal, äh, followen und, äh, ja, sonst weiß ich nie was. Es ist, liebe ich in diesem Spiel, ja, lebt dich schon bei Modern Warfare 2. Habe ich einfach nie genug von. Ich kriege immer es ist. Es ist, es ist toll, sind immer 30 Punkte, freut man sich richtig so. Da wurde ich mich, was läuft denn da an mir vorbei? Und knife den einfach mal. Und jawohl, der erst mal gefailt, den einen Typen nicht getroffen, wieder einen Assist bekommen und von einer und an getötet worden. Das passiert leider auf Newtown, aber auch auf ziemlich vielen anderen Maps. Die Gegner laufen einfach in der Gruppe und man kann einfach nichts dagegen machen. Man entscheidet sich dann falsch, schießt auf den Gegner und in dem Moment, äh, oder schießt auf den Gegner, der einen wahrscheinlich gar nicht mal so richtig wahrgenommen hat. Und in dem Moment kommt einer um die Ecke, bumm, gibt einen eine Headshot und tot. Und man hat den einen nicht getötet, weil der einfach am Weglaufen ist und man daneben schießt. Das ist übrigens bei Black Ops sehr oft der Fall, wenn man wegläuft, hat der andere Typ das, wenn man ein bisschen im Zickzack läuft und das passiert durch die Lecks, wie hier, leider das ein oder andere Mal, äh, hat der andere keine Chance einzutöten. Also, dann ist er schon echt behindert, so. Dafür gibt's hier aber jetzt erstmal ein paar Kugeln in die Fresse und kriegt, äh, mal einen Tod gebacken. So, hier ist der nächste Epic-Fail. Ich wollte gerade eine Granate werfen, weil ich weiß, dass er da langläuft und bumm, da ist er schon da und einfach Granate geworfen. Ja, war aber schon, äh, zu schalten. Fech gehabt. So, jetzt geht's hier wieder los mit dem Fratzengeballer in der eigenen Basis, in der eigenen Spawn, äh, Area, aber zum Glück, äh, konnte ich hier vorne kommen und da kommt die Nate und warum ich die Nate dahin geworfen hab, keine Ahnung, fragt mich nicht, ist schon ein Tag her, äh, was mich da geritten hat. Wahrscheinlich habe ich mich von der Nate so erschrocken, die vor mir gelangen ist, dass ich einfach meine Nate losgelassen habe und, äh, ja, ihn dann, äh, oder die Nate dann einfach in die Wallachie geschossen und dabei nicht mehr nachmachen. Äh, gut, ja. Hier habe ich den einen oder anderen nächsten Kill gekriegt, so laufe ich immer kurz mit der Pistole rum und mit der AOG und mit dem letzten Schuss kriege ich ihn noch tot, aber hinter mir, ja, spawnt schon wieder der nächste. Ja, so ist das leider auf so einer kleinen Map, äh, wenn man den Spawner läuft, sollte man auch damit rechnen, dass einer hinter einen spawnt. Wunderbarastens, ich weiß gerade gar nicht, was ich da für einen Score hab, aber ich platziere mal wieder meine Lieblings-Claymore und schau mal rüber. Und, ja, wir werden gleich feststellen, dass ich das eine oder andere Typen da oben im Fenster übersehe und er mich auch. Zum Beispiel jetzt. Voll Idiot. Oh, da habe ich eine Nachricht bekommen. Ähm, aber, äh, gut, egal, nicht so wichtig. Ähm, wie man sieht, der Typ ist schon wieder da und er scheint auf mich zu schießen, schießt er irgendwo anders in den Tee, wo ich nur den Assist, weil ich ihn durch die Wand angeschossen hab. Zehn Punkte. Auf die kann ich auch echt pfeifen, Kameraden. So, hier jetzt den Nate, die auch wieder ins Total-Fail geht. Und jetzt kriegt er dann eben meine Kugel in die Fresse. Wenn er mich schon nicht töten will, dann töte ich ihn. So sehe ich das und, äh, so machen wir das einfach wieder bei Call of Duty Blackups. So, überall wird geschossen und ich denke so, ach, ein bisschen kann man auch campen. Ich bin die ganze Zeit rumgerusht, hab keine Lust, viel, viele Kills noch zu kassieren, also Death und, äh, laufe deshalb einfach mal weg. Kriege hier ein Assist, weil meine Flashbang mal wieder irgendwie getroffen hat. Will den gerade töten, aber der ist schon tot. Ja, so läuft das jetzt ein bisschen und jetzt denke ich mir, wow, funktioniert nicht, geht wohl nicht, dann muss ich wahrscheinlich vorher auf Pistole wechseln oder sowas, ein bisschen Anlauf nehmen und nicht einfach so aus dem Stand versuchen da drauf zu springen. Ja, next try oder, wie man einfach sagt, try and error. So, hier sieht man jetzt dieses übelst coole Vorspulen von mir, wow, was ich einfach mal aus Spaß gemacht hab und jetzt wird's extrem langsam. Ähm, ja, oh, jetzt spule ich hier nochmal zurück und man sieht einfach, wie toll, weil ich weiß nicht, warum ich da so extrem vorgespult hab, ich bin da einfach auf die falschen Tassen gekommen. jetzt spiele ich einfach mal kurz vor, da sieht man, ich denke so, okay, hier hab ich eben wen getötet, das wollte ich eigentlich normal sehen. Wie passiert denn das? Wie kann sowas passieren? Ja, es passiert eigentlich ganz einfach. Boom, er läuft einfach voll der Reihe und kriegt nen Headshot. Ja, mit diesem Headshot möchte ich dann auch mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich beende an dieser Stelle das Video, es wird sonst einfach zu lang, das Teil geht noch ein bisschen und, äh, ja, sterbe ich hier erstmal noch. Epic Fail Nummer 5 oder 6. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.